Ich habe noch ein bisschen Licht, damit ich auch zu sehen bin hier im Video. Ja, ich habe ja auf diesem Parkplatz da übernachtet heute früh und dann bin ich um diesen Topas Felsen, Schneckenstein heißt der, eigentlich durch eine Wanderung drumherum gemacht und es waren fünf Caches oder sechs, jedenfalls ein paar Caches gefunden und bis auf ihn habe ich alle gefunden, die ich wollte. Ja, ich blende hier bloß mal zwei, drei Bilder ein. Ein ausführlicheres Video kommt demnächst mal später und da habe ich mich dann noch mal gemütlich ins Auto gesetzt und ein Käffchen geschlürft und dann bin ich weiter hier im Vogtland gefahren und stehe jetzt in, wie ist das Nächste? Ziegenrück. Ziegenrück ist jetzt mehr zufällig geworden, weil ich in der Gegend geguckt habe, was ist hier für interessante oder für ruhige, gemütliche Schlafplätze eingezeichnet worden und da stehe ich jetzt direkt hier an der Säule. Okay, dann Film ab. Ich bin gerade ein bisschen am Videoschneiden und ich habe in dem Bunker gesagt, dass die hier noch die alten Drehschalter verbaut haben in den Bunkern und dass die heute Kinder mehr einbaut. Da habe ich gesagt, heute wird Google angeschlossen und da hängt die sich gleich rein. Mal sehen, ob die sich gleich wieder macht. Hier wird Google verbaut. Hey Google, schalte das Licht ein. Oder auf. Entschuldigung, diese Lichter sind anscheinend noch nicht eingerichtet. Du kannst das in den Assistant Einstellungen machen. Ja, so ähnlich war das gerade. Die hatte noch was anderes gesagt, aber sinngemäß dasselbe. Äh! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.